Da liegt noch was. Aber ich krieg den nicht. Wieso nicht? Ah, doch krieg ich. Okay. Ja, hier wären wir jetzt erstmal. Oder ist das einfach nur eine Sackgasse? Komm, wir gehen hier rein. Ist egal. Hallo. Du brauchst eine Raufe, eine Futter-Raufe. Kannst du da gleich einen großen Stall bauen oder wieder aufwerten? Ähm. Für die Enten werde ich einen neuen Stall und aufbauen müssen. Ich muss erst den normalen machen und dann aufwerten, denke ich. Ultimativer Obstsalat. Oha. Und noch eine Feder. Hier ist noch eine Ente versteckt hinter dem Busch. Also von vorne hat man die nicht gesehen, ne? Die hat man ehrlich nicht gesehen. Ich schwör's. Hinter dem Busch da hätte ich niemals eine Ente vermutet. Ja, du kriegst eine Futter-Raufe. Ich muss nur noch mal gucken, wo das war. Ärger, dass der Müllchen nicht weggeht. Naja. Hier springen wir nach Haus. Denn wir brauchen Mais. Mais, Mais, Mais und, ähm... Eine Idee, für was wir den Enten füttern müssen. Das wär auch gut. Und die Frage, wo wir den Stall hinbauen können, ne? Wir haben ja hier den Hühnerstall. Wir haben den Schweinestall. Hier würde, wollte ich ja dann den Kuhstall hinmachen, aber wir brauchen ja dann auch noch, äh, einen Stall für die Gänse. Wollen wir die Gänse zu diesen hier reinmachen? Wir können ja auch die Gänse hier reinmachen, oder? Ich glaub, wir machen die Gänse hier hin. Wir machen die Gänse dorthin. Man sollte meinen, wenn man die ganze Welt sauber macht, man hat Platz ohne Ende, aber... Oje. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist, ähm, jede Menge... Jede Menge Zeug zum Ernten. So, das ist das, 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 das und das. Haben wir noch Blaubeere. Orangenbäume! Wir haben Orangenbäume. Oh! Karottensaat, gut. Und Hafer... Ne, Hafer ist nicht Saat, gut. Wir haben Orangenbäume. Also, wir haben Apfel und Pfirsiche dort. Apfel und Pfirsiche dort. Das möchte ich jetzt wissen, ob das geht. Oh, das geht! Orangenbaum. Orangenbaum. Kommt, schon ein bisschen was geht hier noch. Oh, da! Orangenbaum. Weil die will ich tatsächlich gar nicht so weit weg haben, ne? Warum kann ich hier oben keinen hinstellen? Hier kann ich einen hinstellen. Okay. Ach, Quatsch. Fünf. Hier konnte ich doch eben einen hinstellen, oder nicht? Eben gerade konnte ich hier noch einen hinstellen. Dann willst du mich eher gern spielen. Gibt's das? Gibt's? Gibt's? Seh nischt! Ach komm schon, Spiel. Mach nicht so was mit. Er kann doch hier so schön wachsen. Was ist denn los bei dir? Rummel. Okay. Hä? Das wird... Gebe nicht auf! Kann mir das eine... Klären? Kann mir das irgendeine erklären, warum das geht oder nicht geht? Okay. Wir belassen's dabei. Da, wo sie stehen, stehen sie. Hallo, Kirmes-Dart-Fan! Einen wunderschönen... Okay. Dann packen wir die jetzt auch hier mit rein. Wie sieht's aus bei unseren Saat? Das ist, ähm... Erdbeere ist ein bisschen wenig, ne? Würde ich mal so behaupten. Bei Erdbeere müssen wir noch mal ein bisschen Gas geben. Aber ansonsten haben wir eigentlich genug Zeug, ne? Eine Feder hatten wir auch. Da... Hier ist alles voll mit Recycling, Müll etc. Hier hatten wir ein paar Zähne, ja? Da machen wir mal ein paar Pfirsiche rein. Ein bisschen Trüffel... Und Eier... Dann wäre die Kiste auch voll. Das kommt da rein. Und irgendwo hab ich noch welche gesehen. Da... Und Tapeten hatten wir ja gefunden. Genau. Die Hüte. Hier haben wir noch mal einen Fliegerhut. Ein Hut zum Fliegen. So, 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 so. Okay. Wir sind wieder ein bisschen leerer. Gott sei's gedankt. Ich bin jetzt gerade echt zu faul, hier Ordnung zu halten. Das ist wirklich unfassbar. Eier haben wir tatsächlich noch 24. Aber wir könnten ja noch ein bisschen Mayonnaise machen, ne? Dankeschön. Wir könnten ja noch ein bisschen Mayonnaise machen. Und hier können wir auch noch mal Gas geben. Zack. So. Einen neuen Hühnerstall brauchen wir. Und eine neue Vergrößerung. Das Recycler-Update haben wir schon gemacht. Dieses noch nicht, ne? Hallo, Micky. So. Die Gänse. Die Gänse. Warte. Die setzen wir hier hin. Und dann setzen wir instant das Upgrade-Haus da drauf. Sehr schön. Keine Eier werden heute gefärbt. Eier werden heute zur Mayonnaise gemacht. Aber ich weiß nicht. Für irgendwas brauchten wir auch Blueberry. Ich weiß es. Ich hab's tatsächlich auch schon wieder wie immer vergessen. Und die sind auch noch gar nicht reif. Dafür ist alles andere reif. Gute Nacht, liebe Josie. Und ich werde an dich denken, wenn es darum geht, die nächsten Tiere zu benennen. Ich frage mich gerade, ob es hier auch ein Mickey gibt. War hier auch ein Mickey gewesen? Liebe Josie, ähm... Schöne Ostertage wünsche ich dir. Groß Nester suchen. Ah, der Mais ist auch noch nicht gewachsen, siehste. Also da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten. Aber während wir warten, können wir noch mal gucken, welches Saatgut wir nacharbeiten müssen. Also ich würde ja sagen, hier... Die Erdbeere hauen wir mal hier rein. Und hier auch. Denn davon haben wir am wenigsten, ne? Erdbeere haben wir am wenigsten. Orangenbäume brauchen wir nicht. Hafer Saatgut, müssten wir auch mal machen bei Gelegenheit. Katochkas haben wir 14. Das ist jetzt nicht so viel. Aubergine 15. Tomat ist auch nicht so viel da, ne? Mann, 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 Mann. Aber dafür haben wir Trüffel umso weniger. Äh, umso mehr. Hallo, lieber Ron. Einen wunderschönen guten Abend. Haben wir unsere Trüffel abge... Hier. Oma Lizzie hat schon wieder Hunger, ne? Ist schon wieder so. Ist schon wieder soweit hier. John ist sie... Tipptopp, habt ihr nichts mehr zu essen da drin, ne? Warte mal. Wollen wir mal gucken. Wieso habt ihr denn hier schon wieder Hunger? Sonja auch. Und Sigrid. Dann müssen wir noch mal Essen nachbereiten hier, ne? So komm ich aber nicht klar. Ich komm da nicht ran. Heiko... Heiko, der versteckt sich immer zwischen den Weibern, ne? Und dann kann ich immer nicht seine Eier kriegen. Das klingt falsch. Das klingt falsch. Doch ihr habt doch Essen. Warum wollt ihr denn Essen haben? Tja. So. Meine Jana... Hat wieder schön... Äh... Einmachgläser gegeben. Und Guru auch wieder. Schön Aubergine... Samen... Saatgut. Sehr falsch. Ich weiß. Das klang sehr falsch. Ich weiß. Aber wir brauchen Kühe. Ohhhh. Okay. Dafür brauchen wir die Orangen. Die brauchen aber ein paar Tage, bis die da sind. Hier brauchen wir den Mais. Hier die Orange. Hier die Zwiebel. Die haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Käse. Rote Beere. Ich glaube nicht. Oder hatten wir Olivenbäume schon gekriegt. Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Ein paar Zehnerstecken wollen wir loswerden. Aubergine kann weg. Erdbeere kann weg. Kartoffel kann weg. Was haben wir hier noch? Trüffel kann nochmal weg Und 10er Tomate packen wir nochmal weg Ich weiß, das ist alles durcheinander Aber wenn ich für jedes, was ich hier anpflanze Da Würde ich ja niemals Zurecht kommen So, paar Essensgerichte Hier, was haben wir denn hier? Gegrilltes Gemüse, das machen wir mal Dann hätten wir hier nochmal Im Angebot Auberginen Frikassee Dann können wir machen Nochmal so einen schönen, einfachen Salat Der geht immer Peperonata Sollten wir nicht Peperonata Ach ja, das war schon abgehakt Für diesen Wie hieß denn der Architekt? Ups Dann können wir nochmal machen Hier, was haben wir hier? Rühreier mit Trüffel, siehste Rühreier mit Trüffel Klingt auch gut Und Paschiert der Pfirsich Den nehmen wir auch mit So Haben wir ein bisschen was zusammengestellt Und die Gerichte Lassen wir jetzt konservieren Jawollah Warum hab ich nicht auf Recyceln gedrückt? Warum hat keiner Bescheid gesagt? Ach, Menno Ich hoffe, ich habe jetzt Was, was brauchten die? Karotte oder was brauchten die Enten? Karotte, Kartoffel, Tomate Was brauchten die? Wahrscheinlich Kartoschkas, ne? Ich glaube, wir haben alles mit Wir haben alles mit Hoffe ich So Hier hinten sind wir ja jetzt, ne? Beim Handelsposten Jawoll Kriegen wir es jetzt weg hier? Nö, ne? Wahrscheinlich nicht Na gut Okay Dann werden wir mal gucken Was die Gänse brauchen Die Enten Entschuldigung Karotte Okay Du kannst schon mal nach Hause Namen und Hüte Kriegt ihr nachher Äh, hier war noch eine Komm mal her Namen und solche Sachen Gibt es nachher Die verteilen wir nachher Wenn wir das möchten Nein, wir möchten das ja Also Zack Hier geblieben Zack Ich glaube, da draußen Waren auch noch welche, ne? Ah, hallo Na du Geschafft Also diese Quest Haben wir erledigt Hier war noch eine, ne? War das nicht so? Zack Enti geholt Du kriegst dort deine Futterraufe Keine Angst Ich hab dich nicht vergessen Waren das jetzt hier alle? Ja, ich glaub schon, oder? Da ist ein Ausgang Da werden wir gleich mal runtergucken Ach, Pizzakarton Das ist jetzt hier irgendwie doof, ne? Ja, geh mal, ähm Geh mal ruhig essen, lieber Friedhelm Guten Hunger dir Wo war jetzt hier die Ente? Ich weiß, dass hier irgendwo Irgendwo Eine war Eine war Eine war Da Gefunden So Gestreichelt Fertig ist der Lack Das waren jetzt doch Ganz schön viele, ne? Muss ich jetzt mal so sagen Fünf, sechs, sieben Bei einer wissen wir noch Wo die ist Hier ist ja auch noch eine Zack War's gut So Dann werden wir uns jetzt hier einmal Fortbewegen Kein Plan, wo es hier hingeht Habe ich glatt schon wieder vergessen Oh, den hab ich nicht gesehen Freches Stück, ey Und noch eine Wir retten die Welt Ich werd mal hier stehen So Haben wir überhaupt noch Karotten? Fünf Stück Okay, das geht noch Solange wir Platz in unserem Käfig haben Geht das noch In unserem Käfig In unserem Stall Hallo Jens Ne, Ente süß-sauer nicht Ente-Karotte heute Heute Ente-Karotte Süß-sauer ist ausverkauft Ich komm hier nicht lang Doch dazwischen Oh, noch ein Rentier Ich tu dir nichts, mein kleiner Ganz ruhig Ja, ich tu dir Oh Wie benutzt man beide Maustaste gleichzeitig? So Mit Karotte inne Die Karotte kommt in Die Ente Ja, die Frage ist jetzt Wo gehen wir als erstes rein? Ich müsste mal auf die Karte gucken Wo wir als erstes reingehen Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig gehen Oder ob wir erstmal auf der anderen Seite gucken sollten Wir sind hier Hier ist Ende, oder? Ich glaub, dann gehen wir erstmal da lang Bevor wir hier lang gehen, oder? Ach komm, egal Wer nicht wagt, der nicht gewinnt Ähm Was wollten wir nochmal wagen? Hallo Gleich zwei Oh, das ist fies Das ist fies Gleich zwei Oh, du bist ohne Geweih Du bist ein Bambi Hallo Bambi Na Na Ist es Ich glaube, wir sammeln jetzt schon Irgendwelches Zeug Für neue Quests Kann das sein? Ja, ich Edge Das ist fies Untertitelung des ZDF, 2020